Oh Gott, ich werde wahrscheinlich als Single sterben. Ich weiß immer nicht, wie ich eine Frau für mich gewinnen kann. Und nachher habe ich dann auch noch dieses Tinder-Date und ich werde mal wieder total ablosen. Damn, du bist YouTuber. Du bist in so vielen Lebensbereichen so erfolgreich. Frauen lieben Erfolg. Apropos Erfolg. Ich habe da eine Idee für ein neues YouTube-Format. Ich glaube, ich würde das Ganze krass Klassenfahrt nennen. Und da geht einfach eine Gruppe aus Schülern auf Klassenfahrt und erlebt jede Menge Abenteuer. Darf ich ehrlich sein, Jonas? Du hattest da wirklich schon viel bessere Ideen. Das klingt nicht vielversprechend. Du brauchst wirklich eine Frau. Ich brauche echt dringend ein Loch. Hä? Ich kriege gar nicht. Ich meine ein Ohrloch. Frauen stehen auf Ohrringe. Du hast doch Ohrlöcher. Ja, du hast recht. Ja, ich habe recht. Ich gehe jetzt und mein Onkel wird sich um dich kümmern. Der wird dafür sorgen, dass das mit dem Girl alles klappt. Wunderbar funktioniert. Wer ist denn dein Onkel? Na, Herr Pess? Wer ist Herr Pess? Ich bin der, wenn es darum geht, dass man auch mal einen wegsteckt. Hier praktisch die Kugel ins Loch, wie beim Billard. Oder willst du weiter dein Kopfkissen besteigen? Okay, lassen Sie Linda aus dem Spiel. Na, Linda? Du bist heute Morgen wieder so wunderbar weich. Ich finde dich großartig. Ich liebe deine Füllung. Das ist so. Linda. Komm näher, Linda. Linda, wir sind noch nicht fertig. Da hat sich der Herr Pess natürlich nicht lumpen lassen und schon mal ein Mädel von Tinder zum Jonas bestellt. Ich weiß ja nicht mal, wie man eine Frau begrüßt. Du musst ja gar nicht so viel machen. Machst du dir immer zu viel Gedanken, Jonas. Du denkst über alles tausendmal nach. Tausendmal. Es geht im Leben darum, einfach mal zu machen. Kleiner Tipp. Ich lasse ja immer ganz gerne den Hosensteinstückchen auf. Nö, ist ein Hosensteinstück auf. Dass sozusagen der Duft deiner Lenden sie gleich erobert bei der Begrüßung. Hosenstein auf sie kommen. Dann kommt dieser süßliche Duft. Sie ist da. Ich liebe dich. Was? Ich gehe auf den Strich. Interessant. Würdest du mich nicht reinbitten? Ja, jetzt mach auch, Digga. Jetzt mach auch. Wer ist denn der Typ? Ich dachte, wir haben ein Date. Ja, ich stelle mich einfach mal vor. Der Pest ist eine kleine Hilfe für den Jonas. Jonas ist ja menschlich und wirklich ein ganz lieber. Ganz toll. Ist ja gut. Aber wenn es um Frauen geht, dann wird es schwierig. Er tut sich untenrum nichts mehr. Steinzeit, Eiszeit. Praktisch eine schlaffe Nummer. Ist er das ja immer so komisch? Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wer das ist. Ja, aber komm, wir kennen uns schon. Ich bin sein Onkel. Mütterlicherseits. Sein Vater war der Bademeister meiner Nichte. Oder so ähnlich. War ja Zeit, euch zwei zu Lebenden zu machen. Frauen kennenzulernen war für mich schon immer eine Herausforderung. Nicht, weil ich nicht gut aussehe. Ich sehe fantastisch aus. Eher, weil ich so erfolgreich bin, dass viele Frauen damit überfordert sind. Und wie viele Millionen hast du schon auf dem Konto? Milliarden, nicht Millionen. Oh mein Gott, das ist ja unglaublich. Ja, aber dafür musste ich mein ganzes Leben lang auch erben. Du bist ein echter Siegertyp. Nicht immer. Ich habe auch schon mal verloren. Und zwar mein Herz. An dich. Sag mal Jonas, hast du noch Klopapier? Alter Mann, ich wollte gerade knutschen. Ich wollte meinen Darm gerade entleeren, was nicht geht, weil du kein Klopapier im Bad hast. Alter, leck mich doch im Arsch. Machst du auch mal deinen Mund auf? Kannst du mir mal bitte erklären, warum du dich Don Massimo bei Tinder nennt, wenn du mir nicht mal in die Augen schauen kannst? Naja, ich bin ein bisschen schüchternd bei Mädchen, die ich noch nicht so gut kenne. Das ist unser zwölftes Date. Ja, aber normalerweise zau ich nach dem 15. Treffen auf. Ach nee, das ist mir zu blöd. Jonas, du hast riesen Mist gebaut. Und das war ein echt heißes Gerät, was hier vor dir saß. Und du hast die Chance nicht genutzt, hier mal einen reinzudippen. Willst du ewig Jungfrau bleiben? Willst du ewig Jungfrau bleiben? Warum brauchst du dann so eine Scheiße? Ich werde sie jetzt für dich wegmachen. Ich werde sie jetzt für dich wegmachen, weil ich dein Freund bin. Du bist wirklich zum Anbeißen. Dann beiß mich doch. Ich würde dich aber lieber küssen. Dann küss mich doch. Ich würde dich aber noch lieber zur glücklichsten Frau auf diesem Planeten machen. Dann mach mich zur glücklichsten Frau auf diesem Planeten. Ich würde dich aber noch lieber... Okay, verstanden. Kannst du jetzt endlich aufhören, hier rumzulabern und irgendwas machen? Irgendwas? Äh, natürlich. Steffen, nein. Steffen, danke. Francesca hat sich von Harry getrennt. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch, es ist wahr. Aber wieso? Naja, Francesca hat sich in nur das Ernst verliebt. Oh Mann, das ist kein Wunder. Er hat so einen großen... Posten. Und das war die Story, wie Ryanabee meine Eier tätowiert hat. Ja. Na ja, früh übt sich. Äh, ich geh mal ganz kurz über kleine Mädchen. Ja, die Geschichte ist wirklich verrückt, ne? Wie ne Schachfigur praktisch, verrückt. Ich und der Jonas kennen uns ja schon, kennen uns schon Jahre. Wir waren immer Konkurrenten da mal, ne? Ich hab ihn schnell überholt. Finanziell, menschlich. Untenrum sowieso. Ich bin ja Afrikaner, ne? Die Genetik weiß man. Untenrum lässt sich da nicht mitmischen als Europäer. Äh, ich bin reich, hab viel Geld und vielleicht hast du Lust mit mir ins Hotel zu kommen. Ich wohne im Penthouse, hab viel Geld und ein Riesending. Wow, ja, sehr gerne. Habe ich euch eigentlich schon erzählt, wie 50 Cent mich damals angeschossen hat? Hallo? Naja, und so ist dann jedenfalls mein nackter Hintern auf TikTok gelandet. Ah, wie doof, wie sehr doof. Ich muss jetzt polern gehen. Ja, mach das mal, ne? Ich und der Jonas kennen uns ja schon lange, ne? Er war noch nie so erfolgreich wie ich. Gerade finanziell, ich hab's ja wirklich dick auf dem Konto. Menschlich, klar, er versucht's. Er versucht's mitzuhalten mit der Gesellschaft. Klar, es gelingt ihm nicht immer. Alter, versuchst du mir gerade das Mädchen auszuspannen? Ja, wir haben, äh, sie hat gefragt, ob wir hier mal irgendwie was essen gehen. Finde ich scheiße von dir. Dass du hier den Typ, den du dir klar machen willst, jetzt gegen mich austauschen willst, das ist abartig, Jonas. Da würde ich mir überlegen, ob ich die nochmal treffe. Äh, obwohl sie hier ganz schön... Du hast einen Pool? Ich hab einen Pool. Denkst du dasselbe wie ich? Liebe machen einen Pool. Ich denke, da musst du noch was Passendes anziehen. Bin gleich wieder da. Bis zum nächsten Mal. Bist du bereit? Ehrlich gesagt war ich schon fast fertig, als du gerade erst durch die Tür reingekommen bist. Du bist schon? Ja. Nein. Doch, aber du warst echt fantastisch. War nice. Ah! Ich glaube, ich kann das nicht. Die ist einfach viel zu heiß. Die ist nicht zu heiß. Die ist bereit. Die ist bereit für dich. Schaff deinen Arsch daraus. Nein, ich schaff das nicht. Du schaffst das. Du bist ein Krieger. Du bist ein Kriegertyp. Deine ganze Familie ist afrikanisch. Afrikanische Krieger. Nein, das ist nicht so. Du bewegst jetzt deinen scheiß Arsch daraus und machst es ihr. Krüster. Okay. Da bist du ja. Da bin ich. Kommst du? Woher weißt du das? Satz mit X. Das war wohl nix. Das war das Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat super viel Spaß gemacht, es mit Jonas und Miamka zu drehen. Vielen Dank an euch beide. Checkt auf jeden Fall ihr Instagram ab. Es unten verlinkt unbedingt Folgen. Und sehr wichtig, ich habe mit Jonas ein überlustiges Video gedreht. Über lustig. Ihr müsst jetzt sofort auf seinen Kanal, auf das Video abchecken, like da lassen, abo da lassen. Ihr wisst Bescheid. Und dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal. Will jemand von euch noch was sagen? Das war mir eine Ehre. Möchte nichts sagen. Stille sehen. Bis zum nächsten Mal. Peace. Ich habe da eine Idee für ein neues YouTube-Format. Ich würde es vielleicht Krass Klassenfahrt nennen. Und ich stelle mir vor, dass da vielleicht so eine Klasse auf Klassenfahrt fährt und ich jede Menge abdruckt. Darf ich ehrlich sein, Jonas? Jonas, da hattest du schon wirklich mal mit dem Phone geteilt. Finanziell, menschlich. Rundenrum, so eine Pfadigkantmeier. Entschuldigung. Verdammte Scheiße, ich will dich wirklich zum Anbeißen. Dann beiß mich doch. Ihr fang, ihr fang. Okay. Let's do it. Anbeißen. Lokal lθη. Anbeißen. ello. Bin. Zero way. Beide. oning. Wieigo. Anbeißen. Wieigo. Verein. Wir. Schuss. Bis hoch. the secretirie. Was 레ie. Barocar. What 치 node. Bowser. ане. Die schöpf這個是 Oxite. regen.